Musik Willst du wieder mal schick essen gehen? Da gibt es was in Erknau, das ist schön. Gute Küche, reichlich Essen und der Preis, das stimmt. Dazu noch ein Glas Wein, das fröhlich stimmt. Nette Kellner bitten dich heran. Hier bist du Gast, hier darfst du es auch sein. Egal ob du alleine kommst oder mit nem Verein, hier werdet alle sehr zufrieden sein. Ristorante di Piano, bello bellissimo, Becksteins neuer Italiener, macht uns alle froh. Ristorante di Piano, bello bellissimo, lass uns feiern, lass uns tanzen und unglücklich sein. Und dann schaust auch du sehr gerne immer wieder rein. Toni ist der Chef von dem Lokal. Die Speisenkarte, die ist erste Wahl. Alles, was nur möglich ist, das zaubert er nun. Denn er ist nicht allein, er hat ne ganz, ganz tolle Crew. Ristorante di Piano, bello bellissimo, Becksteins neuer Italiener, macht uns alle froh. Ristorante di Piano, bello bellissimo, lass uns feiern, lass uns tanzen und unglücklich sein. Und dann schaust auch du sehr gerne immer wieder rein. Sieben Tage in der Woche hat er für dich auf. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen, meine Hand darauf. Egal wie du hier feiern möchtest, sprich ihn einfach an. Der Toni, der tut alles, was er kann. Ristorante di Piano, bello bellissimo, Becksteins neuer Italiener, macht uns alle froh. Ristorante di Piano, bello bellissimo, lass uns feiern, lass uns tanzen und unglücklich sein. Und dann schaust auch du sehr gerne immer wieder rein. Ristorante di Piano, bello bello bellissimo, aber jetzt bin ich. Untertitelung des ZDF, 2020